Bei Kawasaki Guitars. The Only Guitars. Machen wir deine Klau-Gitarre. Take 183. Hey Leute, sorry dass wir euch von vorne gucken abhalten oder sonstiges. Das hier ist unser neues Album. Face the End in the Mirror heißt das schöne Werk. Und die Betonung liegt auf neu. Wir haben es selber produziert und es ist unser Debü-Album. Debüt heißt hier die erstes. Bestimmt heißt das. Und es kostet nur Euro. Finde ich aber auch irgendwie. Kauft es, kauft es. Oder ob eure Eltern nicht lieben. Ihr steht auf What Reels. Ihr steht auf What Reels. Das kommt ab. Du musst rauchen. Wann sagst du denn, ich will dich rauchen? Denn. Jaaaa! Oh Mann! Oh Mann! Wir sitzen im Proberaum. Ich will das nur noch mal sagen. Die Kamera läuft ja noch. Wir sitzen im Proberaum. So eine Musch, die hat hier gerade den ganzen Strom abgeschaltet. Wir sitzen im Proberaum. Und ich will das nur noch mal sagen. Wir sitzen im Proberaum. Wir sitzen im Proberaum und wir sitzen im Proberaum. Wir sitzen im Proberaum. Wir sitzen im Proberaum. Vielen Dank.